Hallo, der Timex hier. Heute ist ja mein dreijähriges Jubiläum auf YouTube und Twitch und da wollte ich mich nochmal ganz herzlich für den Support bedanken. Allerdings legt mir ein Thema sehr auf dem Herzen und zwar war ich jetzt ja auch 16 Tage weg in Amerika und da habe ich 10 Fortnite-Videos vorproduziert. Ich habe die Tage davor durchgestreamt, jeden Tag, wochenlang durch, caster alle Pro-Turniere, sag alle neuesten Leaks, Update-Videos, zock selber, Road2Pro und alles und habe da wirklich Vollgas gegeben, jeden Tag Stream, teilweise zwei Streams an einem Tag, teilweise zwei Videos an einem Tag und dann kommt zusätzlich, wirklich zusätzlich neben diesem gesamten Fortnite-Programm und ich höre auch nicht auf mit Fortnite und so weiter, habe ich dann ein Apex-Video hochgeladen und das hatte dann tatsächlich über 1000 Dislikes, nur weil es kein Fortnite war und das, obwohl wirklich unglaublich viel Fortnite-Content ich erstellt habe, was mich sehr beschäftigt. Das finde ich echt irgendwie low, das sind ja auch nicht viele. 200.000 Leute gucken sich das Video an, keine Ahnung, 8.000 finden das gut, geben den Like und 1000 Leute drücken dann auf den Daumen nach unten und sind dann richtig sauer. Die sagen dann sowas wie, ich habe Fortnite zu bringen, ich bin Fortnite-YouTuber, ich muss das bringen, dafür haben sie abonniert. Ich bin jetzt in der Pflicht, jeden Tag einen Stream und jeden Tag ein Video-Fortnite rauszubringen und nichts anderes. Ich weiß nicht, woher die Einstellung kommt, es gibt auch ganz viele andere YouTuber, nehmen wir mal das Beispiel mit Gronkh, der bringt einmal pro Woche ein Rollenspiel, einmal pro Woche Strategie und einmal pro Woche ein Horror-Game und wenn da ein Game dabei ist, was euch nicht gefällt, dann schaut man das nicht. Ich habe auch ganz viele YouTuber selber abonniert, die verschiedene Themen haben, wo mich einige Sachen sehr interessieren, die ich mir gerne anschaue und einige Sachen gar nicht. Das ist dann in der Abo-Box, das ignoriere ich dann und gut ist. Jetzt haben wir das aber so gemacht, dass ich wirklich jetzt seit Anfang an nur Fortnite gebracht habe und jetzt denkt die Community, ich sei ausschließlich ein Fortnite-Streamer und YouTuber, was nicht der Fall ist. Ich fand die Abwechslung mit Apex ultra nice. Kurz vor dem Urlaub war es so, dass wir irgendwie vier Stunden Fortnite gebracht haben, dann vier Stunden Apex und dann hatte ich wieder Bock auf Fortnite und dann haben wir nochmal drei Stunden Fortnite gebracht und da hatte ich in zwei Tagen irgendwie 22 Stunden gestreamt, wovon ihr ja dann auch noch mehr habt. Ich habe die Videos dann selber gar nicht mehr geschnitten, das hat dann mein Cutter-Team gemacht, wodurch mehr Videos kamen und mehr Streams und Apex war das Ganze zusätzlich. Klar, ich habe bei Apex weniger Zuschauer, aber immer noch sehr, sehr, sehr viele Zuschauer, sowohl auf YouTube als auch auf Twitch. Dann schreibt man tausende Kommentare, Fortnite ist besser und dann sagen andere Apex ist besser und dann Kiddie-Community und dann geht da jedes Mal ein ganz brutaler Beef in den Kommentaren los. Das demotiviert wirklich, muss ich wirklich sagen. Also normalerweise, wenn ich in die Kommentare schaue, habe ich immer richtig Bock, das nächste Video zu machen, direkt den nächsten Stream zu starten, aber sowas zieht einen dann doch runter, wenn einige Leute da draußen sind, die YouTube an sich als Plattform dann noch so gar nicht irgendwie verstanden haben. Falls Videos kommen, die euch nicht interessieren, das werden jetzt auch in den zukünftigen Tagen, ich möchte auf jeden Fall Days Gone noch let's playen, das wird noch kommen, Apex Season 1 startet heute, das wird auch noch kommen, aber die Fortnite-Weltmeisterschaft kommt auch und ich werde jede Qualifikation casten, ich werde jeden Tag zocken, ich werde jedes Update-Video bringen, alles andere kommt nur noch zusätzlich. Und das möchte ich, dass ihr das einfach versteht, das sind nicht viele unter euch, aber manche checken es irgendwie gar nicht. Falls ihr gar nicht damit klarkommen solltet, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, meinen Kanal zu deabonnieren, also da habe ich wirklich gar kein Problem mit, es kommen jeden Tag tausende Leute dazu, genau, das dazu und die tausend Dislikes auf dem Video sind jetzt nicht weiter schlimm, das beeinträchtigt jetzt nicht den Algorithmus oder irgendwas, aber ich weiß ganz genau, dass da draußen tausende Leute sind, die sehr gerne, die mit Fortnite nichts anfangen können, die mich sehr gerne schauen möchten und das Ganze dann bei Apex. Die feiern Apex, die feiern mich, keine Ahnung wieso und die wollen das sehr, sehr gerne schauen und dann klicken die auf ein Video, kennen mich noch nicht und sehen tausend Dislikes. Dann denken die irgendwie, keine Ahnung, ich mache irgendein Fake-Gewinnspiel oder Clickbait des Grauens oder keine Ahnung. Es waren teilweise richtig geile Apex-Videos mit richtig vielen Dislikes und da würde ich jetzt gerne mal eure Kommentare dazu hören. Ich werde dadurch jetzt nicht, das haben auch einige geschrieben, hör nicht auf die Community, mach das, wo du Bock drauf hast. Ich mache das, wo ich Bock drauf habe, aber ich mache das auch, wo ihr Bock drauf habt und da ist es so schwierig, den Spagat zu finden, das ins Gleichgewicht zu bringen. Viele sagen auch, yo, zock mal weiter, Solo-Rank bei 20 Punkten in Fortnite. Da sage ich ganz klar, da habe ich absolut keinen Spaß dran und auch wenn das sehr, sehr viele von euch gerne sehen wollen würden, habe ich da keinen Spaß dran und bring das nicht. Und wenn es Games rauskommen, die mir sehr viel Spaß bringen, dann werde ich die auch in Zukunft zocken. Allerdings werden die anderen Main-Games dadurch nicht leiden. Es war auch damals das Gleiche von Clash Royale zu Fortnite. Alle, wirklich die gesamte Clash Royale-Community, weil ich auch über ein Jahr nur Clash Royale gebracht habe, hat Fortnite beleidigt. Scheiß-Kiddy-Spiel, PUBG-Fake, Free-to-Play-Müll, wie kann man sowas zocken, guck dir das Game mal an. Es war auch sehr viel Hate und mittlerweile sind genau diese ganzen Zuschauer die übelsten Fortnite-Suchtis und feiern die Fortnite-Videos richtig. Deswegen einfach mal ein bisschen ruhiger angehen. Schaut euch Apex an. Wenn es euch nicht gefällt, müsst ihr es auch nicht anschauen. Mir macht es allerdings sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und da habe ich auch in den Kommentaren gelesen, dass viele gesagt haben, ja, ich bringe nur Apex, weil ich dafür bezahlt werde. Am allerersten Tag, wo Apex rauskam, habe ich der Kampagne zugesagt. Das war nur ein Tag. Und, Spoiler für heute, heute gibt es auch noch mal einen Stream. Season 1 geht los. Hätte ich aber so oder so gebracht. Ich habe mega Bock da drauf mit Micky und mit Hanky. Wir haben auch bei den Twitch-Rivals beim Apex-Turnier mitgemacht. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich habe richtig Spaß am Game. Nicht mehr oder weniger als Fortnite, sondern einfach nur zur Abwechslung. Ich kann das nicht oft genug sagen. Und ich werde das jetzt in Zukunft auch öfter bringen, zusätzlich zu Fortnite. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, ihr habt das verstanden. Ich bin mal gespannt auf euer Feedback und ich würde sagen, jetzt geht der Stream an. Bis gleich.